Level 3 Äh, wir haben den anderen Hauptauftrag, den wir machen können? Auftrag verfolgen, let's go! Seiten kann man immer mal mitnehmen, finde ich, weil man die unterwegs eh sieht. Gibt es da auch noch eine Seite, die rumfliegt? Nein, nur Geister. Perfekt. Ja, kann man so sagen. Überhaupt nicht. Professor Weasley sagte, dass du nach Hogsmeade sollst. Du freust dich sicher, wieder eigene Sachen zu haben. Und das Dorf zu sehen. War mir ehrlich gesagt egal. Gut, sollen wir dann? Ich hab vor, dir ein erstklassiges Hogsmeade-Erlebnis zu bieten. Okay, na dann. Auf los geht's los, würde ich sagen. Ich bin froh, dass Professor Weasley mich mitgeschickt hat. Wirklich? Ja, ich wollte dich ohnehin schon einladen. Ich dachte, du würdest vielleicht gerne ein Butterbier trinken gehen. Professor Weasleys Eule kam da genau richtig. Nordausgang von Hogsmeade-Erlebnis zu sein. Es war ein Fehler, dieses Wahlfach zu nehmen. Das kannst du mir glauben. Ich glaube dir. Obwohl man es nicht wirklich ein Wahlfach nennen kann, wenn die eigene Mutter es für einen ausgewählt hat. Ja, das ist dann schwierig. Das ist kalt raußen an, ne? Oh, die Kälte macht mir nichts aus. Aber ich musste mich erst daran gewöhnen. Ich bin nicht mit Schnee aufgewachsen. Ja. Oh, warte. In Uganda liegt selten Schnee. Ich sehe oft Flor fliegen in dieser Gegend. Aha. Was ist so besonders an ihm? Sie sehen interessant aus. Und gedünstet können sie auch in Tränken verwendet werden. Okay, ich habe alle gesammelt. Wir können weiter. Wir müssen die dann dünsten und dann können wir die in Tränken verwenden. Habe ich gerade gelernt. Oh ja. Ne. Auf jeden Fall. Dort links ist der verbotene Wald. Er ist für Schüler verboten. Wie dein Name schon sagt. Warum ist er verboten? Die Professoren sagen, er ist zu gefährlich. Ich finde, ihn verboten zu nennen, macht ihn nur verlockender. Das stimmt allerdings. Hinter dem Kamm ist Hogsmeade. Hinter der Ruine. Und da oben, oder? Also wenn es nach mir ginge, würde ich ständig herumwandern. Eigentlich war ich überrascht, als Professor Weasley meinte, du würdest dich auskennen. Schließlich bist du auch neu hier. Das stimmt, ja. Ich bin mal gespannt, wie groß die Map hier allgemein ist und so. Ich weiß noch, dass die ersten Wochen nach meiner Ankunft recht seltsam waren. Alles war so... Neu und fremd. Noch habe ich ja gefühlt gar nichts davon geblieben. Was ist mit dir? Hast du dich schon eingelebt? Ich vermisse meine Heimat. Aber hier ist es auch schön. Und das Land zu erkunden, hat mir sehr geholfen, mich anzupassen. Jetzt ist Hogwarts so etwas wie ein Zuhause geworden. Hoffentlich wird es das auch für dich. Mr. Moon! Er ist der Hausmeister von Hogwarts. Sieht etwas mitgenommen aus. Hallo Mr. Moon. Kennen Sie unseren Neuzugang schon? Freut mich. Sie sollten umkehren, Miss Ohnei. Umkehren und wegrennen. Warum? Ist alles in Ordnung, Sir? Er sah mich an, mit Augen groß wie Untertassen. Wer, Mr. Moon? Ein Demi. Geist. Hässlich. Haarig. Furchterregend. Ich bin dann im Schloss, wo es sicher ist. Viel Glück Ihnen beiden. Okay. Armer Mr. Moon. Ein Demi-Geist? Ich glaube, er hatte zu viel Spaß im Dorf. Ich habe ihn noch nie in einem solchen Zustand zu sehen. Ein Bruderbier zu viel getrunken. Wir sind fast da. Es gibt außerhalb der Schlossmauern so viel zu sehen. Nicht nur Hogsmeade. Wenn du Zeit und Lust hast, könnten wir öfter auf Erkundungstool gehen. Klar. Warum nicht? Bei all den Grüßen über Kobolde und so, wäre es schön, jemanden an meiner Seite zu haben. Gut zu wissen, Nati. Danke. Okay, wir sind da. Und da wären wir. Und? Wo sollen wir anfangen? Für Butterbier muss man in die drei Besen. Und im Honigtopf bekommst du alle Süßigkeiten, die du dir vorstellen kannst. Ich habe hier keinen Lieblingsladen. Das ändert sich bei jedem Besuch. Auf jeden Fall kannst du alles, was du brauchst, in Hogsmeade finden. Alles, ja. Professor Weasley meinte, du brauchst folgendes. Trankrezepte, Zauberanweisungen, Samen und... Ein Zauberstab. Natürlich. Du wirst Mr. Ollivander mögen. Und ich bin schon gespannt, was du mit einem eigenen Zauberstab anstellst. Du solltest alles einsammeln können, was du brauchst und noch Zeit haben, um dich etwas umzuschauen. Nimm dir ruhig Zeit, um Hogsmeade zu erkunden. Wir treffen uns auf dem Board. Sollte die mir das nicht zeigen? Viel Spaß. Wir sehen uns später. Okay, hier gibt es natürlich wieder eine Karte. Was ist hier? Ein Friseurgeschäft. Friseur brauchen wir nicht. Ein Bekleidungsgeschäft brauchen wir auch gerade nicht. Da müssen wir hin gleich. Da müssen wir hin. Besen wäre auch eigentlich nicht schlecht, schon mal einen zu haben, aber... Könnte, glaube ich, ein bisschen teurer werden oder so. Müssen wir mal gucken. Bei Merlins prächtigem Bart nickt schon wieder. Ich bin gleich bei... Gerbold Ollivander. Gerbold Ollivander. Aber Sie haben sicher bereits von den Ollivanders gehört. Den besten Zauberstab machen der Welt. Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. Wirklich. Gut, kommen Sie. Wir finden den perfekten Zauberstab für Sie. Oh, nein, 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 du nicht. Ah, ja, ja, ja. Mächtiger Kern? Zehneinhalb Zoll? Könnte gehen. Hier, probieren Sie den. schwenken sie ladehemmung noch mal los schwenken sie richtig der passt ja gar nicht zu ihnen was ich will immer feuerwerk machen anstatt zu zaubern ist doch voll gut vielleicht ja edelholz 13 dreiviertel zoll drachen herz phase ist ein bisschen größer als der vorige okay ist doch weitaus kniffliger als ich alle guten dinge sind frei oder wie sehr verblüffend wo bist du vielleicht da bist du ja du könntest der richtige sein oder auch wieder der falsche nehmen sie natur grau schwarz dorn drachen herz faser hart 9 3 vierte zoll bisschen klein das ist ja fast der kleinste ist ja wie im echten leben wirklich interessant aber hier kann man ihn größer machen wir haben natürlich vierzehundhalb zoll zauberstäbe ne ist ja wohl klar hier was meinen sie außergewöhnlich und so beginnt eine weitere strahlende und magische zukunft na wie hat sich das angefühlt gut anders ich habe sich mal was langes in einem zorn gespürt ein perfektes paar ihre bindung scheint besonders mächtig der richtige zauberstab lernt von ihnen wie sie von ihm lernen ich möchte ihn unbedingt ausprobieren das will ich meinen ein drachen herz faser zauberstab kann spektakuläre magie wirken und die verbindung zu ihrem zauberstab sollte nur stärker werden erschrecken sie nicht über die fähigkeit ihres zauberstabs ihre absicht zu erahnen vor allem in momenten der not das klingt wundervoll mister olivander ich werde sie nicht länger aufhalten kommen sie wieder zu mir wenn ich ihnen irgendwie helfen kann ok er war nie wieder gesehen so was müssen wir noch besuchen den schrifttreuen laden der ist hier wenn man eine katze vorbeigeht und nicht probiert die zu streichen was ist man für ein mensch was soll das für maul er sollte sich sehr schmerzhaft an der maul west hogsmeet muss ich da ins wasser wo bin ich hier richtig ach moment ich hab ne idee ja lass mich doch da hoch eigentlich schätze ich fest sehe ich das gerade richtig sehe ich das gerade richtig ja freunde ich habe einen bug entdeckt in diesem spiel ich komme hier nicht raus perfekt einmal spielstand laden bitte warte wo kann ich denn das einstellen spiel laden 21 5 oh er hat gerade gespeichert oh fuck nein er hat gerade gespeichert oder bitte bin ich nicht in diesem bug bitte ach gut okay warum hat er da überhaupt markiert da ist doch gar nix perfekt dass ich da reingelaufen bin obwohl da gar nix ist ein neugieriger geist hi thomas verzeihung sir ich soll hier zauberanweisungen für professor weasley abholen mit tildes schüler also dachte ich mir dass sie vorbeikommen ich bin der eigentümer thomas brown dann hatten sie ihre erste beschwörungsstunde nein leider noch nicht die kommt noch das kommt schon noch etwas aus dem nichts zu erschaffen ist magie in reinkultur natürlich ist das ganze sehr komplex aber da helfen meine zauberanweisungen bleiben sie dran dann werden sie professor weasley bald beeindrucken zumindest werde ich mir alle mühe geben mr brown ich freue mich schon darauf und ich mich erst mit den zauberanweisungen ich mich auch wie eigene möbel und dekorationen aber ich überlasse professor weasley das lehren tragen wir das zubehör für sie zusammen einen pflanztisch und eine tränkestation ja das klingt richtig gut es gibt nichts besseres als seine zutaten selbst anzubauen und zu brauen das nehmen wir ne wann man will wie man will schauen wir uns mal an was wir haben ja nehmen wir doch ne einmal das und einmal das ah ja der rest ist quasi gratis kann man so sagen perfekt ein schal ja schon stylisch ne aber ne lassen wir mal lassen sie mich wissen wenn ich ihnen anderweitig helfen kann so auf zu den zaubertränken die sind hier ne ja vielleicht wollte ich das voll markieren und hab dann komplett gefett fingert oder so ich weiß nicht was da los war wo ich da auf einmal im wasser war das ich du du blaue schieber mit zugefunden verzeihung so ein glück als ich die glocke hörte dachte ich sie wären miss lauang nicht dass sie sich hier blicken lässt sie habe ich hier auch noch nie gesehen glaube ich bisher hatten wir noch nicht zuerst mal in hoxmede tatsächlich nun perry pippin zu ihren diensten sie sind bei jay pippins zaubertränke tränke für jede gelegenheit das steht schon auf dem schild aber großvater wollte immer dass ich es sage wie kann ich ihnen helfen professor weasley schickt mich um ein paar rezepte abzuholen ich bin neu in hogwarts ihretwegen hat sie die eule geschickt ich habe alles sofort bereitgestellt wenn sie so sind wie ich in ihrem alter dann wollen sie ihre trankzutaten so schnell wie möglich wäre nicht verkehrt ja tränke brauen nicht eine faszinierende kunst und so wirkungsvoll wie jeder spruch meine ich sind zaubertränke wirklich so vielseitig sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie zauber aber sie sind genauso mächtig sie können heilen vernichten schützen das werden sie bald zu genüge erfahren da sie zum ersten mal hier sind sollten sie wissen dass ich nicht nur trank rezepte verkaufe ich will aber nur fertige gebräue für verschiedenste gelegenheiten und kreiere auch neue von zeit zu zeit kommen sie immer mal vorbei um nichts zu verpassen aber jetzt tun wir ihnen erst mal die rezepte ja ok wie kann ich heute behilflich sein so wir nehmen einmal das hier mega power trank rezept eine weise entscheidung in dem rezept du ist trank sehen sie sich ruhig den rest meines inventars an oder kommen sie wieder wenn sie es heute eilig haben hier kann man auch wieder sachen kaufen blaue schieber mit sie kann man kaufen an die verkaufen will ich nicht kann muss ich vielleicht benutzen bis bald wo sehe ich meine ausrüstung ausrüstung da kann ich nicht die mütze jetzt aufsetzen die ich gefunden habe ja ich bin noch nicht level 4 deswegen noch nicht okay so jetzt noch die magische rübe wo ist denn die ist das das ding hier nein eigentlich brauche ich das teil gar nicht weil ich doch immer unten links auf die map guckt den kompass aber das sieht schon irgendwie cooler aus hi professor weasley hat gesagt ich könnte hier samen abholen für den neuzugang aus der fünften das sind dann wohl sie bei merlin in der fünften klasse in Hogwarts anzufangen muss ihre welt auf den kopf gestellt haben bisschen gar nicht ich sehe das ganze einfach als großes abenteuer bravo nicht jeder hat das temperament um die dinge so gelassen zu nehmen ich bin übrigens timothy teasedale das ist mein laden die magische rübe ich habe den wagen hier draußen weil ich mich gerne unterhalte wenn ich nur drinnen sitze bekomme ich ja gar nichts mit nicht wahr das stimmt wohl neben samen habe ich auch jede menge pflanzen ich züchte alles selbst meine spezialität sind zaubertrank zutaten selbst pippin kauft bei mir aber genug von mir starten wir sie mit dem sammeln aus ja gib her jetzt sagen sie nichts sie suchen was neues ja so ein paar dem sammeln gut da jetzt bin ich außer sehen wieder aufs touchpad gekommen sehen sie sich um es gibt hier viele zutaten sie an den kann ich mir doch nicht leisten ich habe doch kein geld also gut das ist alles ich gehe besser und suche nattie so hier entlang noch mal katze streichern haben wir noch nicht gemacht haben wir eigentlich schon genau die und kurz danach sind wir ins wasser gefallen glaube ich zufall ich glaube nein welche katze hat das wohl synchronisiert man ich habe alles ich verstehe jetzt warum du dich nicht auf einen lieblingsladen festlegen kannst sehen wir uns noch etwas um vielleicht ist heute der tag an dem ich mich entscheide okay ja hi my friend ich Ich glaube, er war nicht alleine. Ich habe doch Protego gemacht. Oh, ich will nicht reparieren. Ich wollte ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen. Oh, man kann nicht doppelt. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht. Oh, ich will nicht. Okay, Troll gemacht. Kann man so sagen, ja. Oh, ich will nicht. Okay. Ich repariere den Schaden. Wo ist denn Schaden? Hier ist Schaden. Aber wie war ein Reparo? X. Zum Glück haben sie nicht mehr zerstört. Jetzt hat Officer Singer eine Sorge wegen mehr. 4 von 7. Oder noch. Was kann man hier machen? Was kann man hier machen? Er ist quasi neu. Er ist quasi neu. Er ist quasi neu. Und das Letzte. Let's go. Sprich mit dem Ladeninhaber. Ja. Er ist jetzt reingegangen oder was? Okay. Wir haben gerade über dich gesprochen. Was denn? Mir gehört Besenknechts Sonntagsstart. In meinem Inventar befinden sich einzigartige Dinge, die einen gewissen Schutz bieten. Lebensrettenden Schutz. Den würden wir übernehmen, denke ich, ne? Da ich abnehme, dass das nicht ihre letzte gefährliche Auseinandersetzung war, gebe ich ihnen einen Satz solcher Roben. Zum Dank für ihre heutige Tat. Hm. Das kann ich nicht annehmen. Das ist nett von dir, Mr. Hill. Aber ich kann nicht annehmen, was ich nicht bezahlt habe. Tja. Unsinn. Ich bestehe darauf. Dann gucken wir uns das hier doch mal an, ja? Wir haben heute viele Waren. Lassen Sie sich Zeit. Okay. Das nehmen wir doch dann. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist... Sie werden nicht enttäuscht sein. Das ist... Ausrüstungsbildschirm. Wähle den Platz für Mantel und Umhänge. Hier. 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 welche brauchen so folgen hat hier in die drei besen wenn das nicht zu fall ist trifft sie vielleicht die besitzerin sie ist sehr charmant und eine mächtige hexe es ist gut sie zu kennen ich habe gerade gesehen wie deine ablenkung beseitigt wurde wer ist dieses kind was verschweigst du mir du musst nur wissen wenn du nicht an das kind dran kommst dann bist du für mich wertlos das ist jetzt nicht so nett da gibt es doch keine buddha bier mehr und wie gesehen ich glaube nicht was macht dieser kobold mit victor ruppert rennrock arbeitet mit ruppert das ist der kobold vom tagespropheten ich wusste dass ich ihn kenne schnell lass uns in die drei besen reingehen okay okay es war schön dich zu sehen lord gock ich sage bescheid wenn ich was höre danke sie dann bis bald ein neues gesicht in meinem laden ist mein erstes mal hier willkommen ich gebe euch einen aus dieser angriff ich schaue später nach den ladenbesitzern und bewohnern immerhin sind sie wohl auf ich hatte hilfe hat ganz allein ein troll besiegt wirklich gut gemacht danke dafür aber gern im ernst trolle in hawksmeet das hatten wir ja noch nie merkwürdig die einzigen unheilde die uns plagen sind sonst sonst oh ja passend war das lot gock gerade eben die kunsthaft war auch schon mal besser keine sorge victor wenn sie erst weg sind wird das meiner kundschaft nur zuträglich sein würde ich an ihrer stelle lassen sie auf alles das theater können wir uns doch sparen ich bin nur aus einem grund hier mein gast genießt ein wohlverdientes butterbier es dauert nicht lang war ich nicht deutlich genug hm mein gast ist gerade beschäftigt man sollte meinen dass ihr genug blut vergießen hattet komm theophilus mit den drei besen geht es bergab ist unsere galeone nicht wird du kannst nicht ewig butterbier trinken okay okay sie haben sich einen mächtigen gegner gemacht vorsicht rockwood und harlow sind schlimmer als alle trolle dieser welt ich werde dir alles erzählen aber jetzt ist nicht der richtige zeitpunkt dafür ja jetzt wäre wohl ein guter zeitpunkt um zum schloss zurückzukehren ok dann machen wir das doch wo lang gehen wir ich bin heilfroh dass sie rona da war und dass solche schurken wie rockwood und harlow sie nicht einschüchtern ich möchte verstehen was hier vor sich geht und hoffe du erzählst es mir aber erst einmal sollten wir zum schloss zurück professor weasley erfährt sicher bald von dem troll angriff wenn sie es nicht schon weiß ich will nicht dass sie sich sorgt ok dann ab du musst für die nacht in den gemeinschaftsraum zurückkehren nutze die karte wähle die taste für die karte von hankwatz aus habe ich doch oder nicht schnell reise zu deinem gemeinschaftsraum schnell reise so ne das ist aber doch nicht mein gemeinschaftsraum die treppe oder naja nehmen wir trotzdem die treppe ah doch so ok ja ok dann ergibt es den natürlich willkommen in hoxmate abgeschlossen hm